R-E-W-R-M-S-I-D Was ist denn mit diesem Drecks-Game los, Mann? Auf geht's! Guckt euch mal an, ihr scheiß Penner, Alter. Komplett mit Skins ausgestattet. Ist das unangenehm. Und damit herzlich willkommen zu einer wunderschönen Folge von Fortnite. Ich habe gerade eben meine ersten beiden Wins gehabt. Einen Solo-Ups und einen im, ähm, wie heißt das? Im Private, im Team, genau. Das Wort fiel mir gerade nicht ein, weil ich habe Schwierigkeiten mit Teams. Mit dabei ist heute Avive. Ready, Alter. Schade, sein Cutter. Was geht ab? Ja, es reicht, es reicht, danke schön. Und GHG Cascade, was geht. Und Lukas hat mir versprochen, dass das jetzt ein Win wird. Wenn das nicht der Fall ist, Leute, dann schaut einfach mal bei Lukas am Kanal vorbei. Lasst gerne einen Daumen nach unten. Ey, Junge, chill mal mit mir. Ihr wisst, wie es läuft. Ich baue erstmal hier eine Wand hin, denke ich mir. So, warte, ich baue eine Treppe, Alter. Ich baue jetzt mir eine Treppe. Und ich baue mir noch eine Treppe. Das ist voll schön. Ja, Mann, oder? Habe ich selber gebaut, oder? Boah, Jungs, guckt mal. Sky is the limit. Sky is the limit, Jungs. Auf geht's nach ganz oben. Ja, meine Fortnite-Videos kommen mir tatsächlich momentan echt gut bei euch an. Obwohl ich extrem beschissen in dem Game bin. Macht es mir eine Menge, Menge Spaß. Wir gehen immer richtig krank drauf. Ich würde sagen, Jungs, unter 30 Kills wird diese Runde nichts, oder? Ne, komm her, es droppt ihr schon. Dann gehen wir lieber zu... Savile, bist du bei mir? Jungs, ich hab... Oh, der schießt auf mich, der schießt auf mich. Ja, ich komm mal zu dir. Wo ist der Savile? In dem Aschitektenhaus drin? Äh, hier, hier liegt sie. Down. Ich kann mit dir pushen. Links am Fußballfeld, rechts am Fußballfeld an der Seitenlinie. Läuft hinterm Tor entlang. Und er fällt hin, er stolpert. Eine Schweibe von dem jungen Mann. Sondergleichen. Hier, hier, hier ist er. Ahaha. Bam, Junge. Gegeben haben wir da. Er hat nichts gemacht. Hier links in dem Haus, bei mir ist nur einer drin. Also ich würde gerne ein bisschen Hilfe haben. Ja, perfekt, Jungs. Dann ist das unsere Runde, unsere Stadt. Hier auf geht's. Schön ist es, Mensch. Oben am Dach, oben am Dach. Oh, er ist runtergesprungen. Ja, halleluja. Da geht er down, da geht er down. Er ist fast tot, er ist fast tot. Oh mein Gott, Killsteal des Todes, Alter. Ich habe ihm so viel Damage gezogen. Klar, dass er bei den natürlich wieder reinstealet. Das war Nico. Es war Evives Versuch, den Kill zu stealen. Wir haben es alle gesehen. Hey, Jungs. Es ist niemals zu spät. War das jetzt eine Falle oder war da noch jemand? Eine Falle. Sehr gut, Evive, der Trank, da ist ein Granat. Oh, das ist eine Falle. Evive. 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 Woher soll ich das wissen? Hat er es dir mal gesagt? Habe ich nicht gehört. War mir auch letztendlich egal. Das Ding ist, das Ding ist, kleiner Lifehack hier noch von meinen Zuschauern. Die Zone, müsst ihr aufpassen, die macht Schaden, ist krank. Boah, Digga, hier unten wohnt Jan Delay, ne? Guck mal hier vorne, Haus am See. Bei mir steppt hier jemand. Das sind wahrscheinlich wir, Regen. Na, aber jetzt ernsthaft? Boah, die Kiste hier hole ich mir so geil, Alter. Geil, der neue Trank. Auf geht's in den Kopf damit. Schön saufen, das Ding. Richtig reinknallen muss es. Ich weiß auch gar nicht, was der bringt. Der bringt einfach nur genauso viel Rüstung und halt Leben. Genau, voll Leben und Rüstung. Toll. Hör ich etwa noch eine Kiste. Da ist jetzt die goldene Ska. Schade, leider mal wieder nichts getroffen. Naja, egal, beim nächsten Mal vielleicht. Das kann natürlich nur besser werden, ne, Jungs? So, hier in den Einkaufswagen rein. Über den Müllkonteller von Lukas Mutter rüber. Hier die Tür auf. Ja, ganz ruhig, Lukas. Junge, da ist jemand. Chillt mal, komm mal her. Oben am Berg, oder was? Ja, ja. Oh, ja. Hey, wir müssen links rüber. Scheiß drauf, Zone. Ja, ich wollte nicht gucken. Da, die laufen da, aber S, O, die sind hinterher. Ja, die kam mal rein. Ich sehe durch die Scheiß Zone einfach gar nichts. Oh, oben rechts am Berg, oben rechts am Berg. Über uns, über uns. Im Sturm bin ich gestorben. Über mir rechts, über mir rechts, über mir rechts. Ne, das ist eine Unverschämtheit. Ey, jetzt hat noch einer. Oh, nein, 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 nein. Ja, ist ja nicht so intelligent angesagt. Nico, Nico, jetzt bist du dran. Los, Nico. Auf geht's. Ich würde sagen, das war die Siegerunde. Oh, Mann. Schön, Freunde. Was geht ab, meine Freunde? ApoRed ist auf trockener Start. Willkommen zur zweiten Runde. Jetzt wird rasiert. Erwive, mach dich bereit, du unübersichtlich hässlicher Mensch. Ich habe meine Hater-Bloggers an. Und jetzt wird hier einfach ein Win geholt. Ja, ist ja... Hinter mir läuft einer. Seville, du warst totgeprügelt. Ah, jetzt stirbst du. Es kommt sowas von ins. Oh mein Gott. Hilfe, ich muss laufen. Ich muss laufen. Ach, die Wand kaputt. Nein. Oh, N***, Sohn. Seville, das war alles deine Mutter. Junge, das war alles deine Mutter. Was geht, Leute? Jetzt Runde Nummer 3. Es ist an der Zeit. Jetzt kommt die 30-Kills-Win-Runde. Seville, wenn du deiner Mutter vielleicht ganz kurz sagen könntest, dass sie nicht ins Zimmer kommt. Es ist meine Omi gewesen. Deine Omi. Richtig. Gut. Die Razzia. Ja, wie dem auch sei. Ganz ehrlich, findet ihr nicht auch, dass Fahrzeuge hier fehlen? Ich weiß nicht, weil eigentlich ist die Map ja klein genug. Die könnten so einen Scooter reinbauen. HP Baxter meinst du? Scooter. Hyper... Ja, macht Sinn. Ah, lol, ey, Jungs. Einen das hinten im blauen Haus in die Falle. Ja, deine Falle, stimmt. In dem rechten Haus, direkt am Eingang. Da laufen sie. Hab einen Down, hab einen Down. Direkt innen drin, einer Down. Boah, Jungs, es war instant Headshot. Oh, Baby. Beide Down hier. Hör auf, wie geil zu bauen, du Faggot, Alter. Junge, ich schwör. Weißt du was? Ich hab ihn eingebaut. Rewi, komm raus. Ja, na, 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 na. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hör mehr, mach das vor der Tür. Wie das gerade aussah, Alter. Kommt es aus der Püre raus. Digger, als wär's gewollt. Haben wir hier alles durchgelootet? Ja, ne? Ah, die gute alte Fabrik vom Onkel Jenkins. Ah, komm Samuel, hör auf. Das ist einfach echt unangenehm mit dir, weißt du. Oh, ne blaues Sniper liegt hier oben, hier oben liegt ne blaues Sniper, ich wiederhole. Mann, hör auf, wie immer die Scheiße hin zu bauen, du Affensohn! Ey, ich hab nen Busch, Reh, wie willst du den? Der ist OP, Digger. Der ist so scheiße, Mann. Egal, ich nehm den jetzt mit. Wo bin ich? Ihr könnt kommen! Boah, ist das unangenehm. Ich glaub, ich mute ihn wirklich, Alter. Also der Busch nervt halt schon extrem. Ey, hier ist safe. Da vorne, vor uns, vor uns, vor uns. Äh, SW, SW, SW. Oh, er ist gerade dann gesprungen, als ob. Ganz oben, ganz oben. Ja, die sehen mich jetzt eh nicht. Hier, ich bin hier jetzt, guck mal. Oh, ojo, ojo, da, ja, ja. Moment. Hab einen gehittet. Hab einen gehittet. Er ist runtergefallen. Hier unten sind auch noch. Aber irgendwie der Sau bin ich Damage bekommen. Cascade, Cascade, Cascade. Du siehst das hier, was hier abgeht, ne? Oder? Achso, AR, Muni. Okay, hab einen. Das sind alle. Ja, ja, wir haben alle. Nice. Alter, hab ich ja viel gebaut. Ich glaub, die wahre Ei kaufe ein bisschen. Beim Hombach oder so. 7, 7, 7, 7, ne? Das reicht, das reicht, komm. Lass gut sein, ne? Du sollst die Videos schneiden, nicht kommentieren. Also, in dem Sinne. Jungs, gegenüber von uns, gegenüber von uns. Oh. Soll ich den Schuss von links bekommen, von O irgendwo? Ja, sag ich ja. Das ist wahrscheinlich der Typ, der in diesem Haus drin ist noch. Ja, ja. Der Ton ist mega klein, Leute. Und das Leben noch 20. Das ist übel viel noch. Ja, ja. Da hat sich gerade jemand runtergebaut. Ey, wie können bei dieser Zone noch 19 Leute leben, Mann? Oh, ich werde beschossen vom Haus? Ja, von... Komm her, komm her, komm her. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Als ob. Digga, 140. Ja, Mann. Oben noch, oben noch. Wir beide bauen. Und rechts, und rechts. Hab noch einen, hab noch einen mit Sniper. Rechts von uns. Was geht mit dem? S noch. Bei S noch. Vor uns. Ab geht's. Ja, ja, genau da. Nice, nice. Sehr schön. Nice, Mann. Okay, passt auch. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Wow. Als ob der mich genau getroffen hat. Loll. Was? Der ist hier, der ist hier, der ist hier. Nein. Wer die Wand gebaut. Oha, was? Was geht hier ab? Shit, 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 shit. Ey, Cascade stirbt gleich. Ihr habt den Cascade ausgebaut. Ihr habt den ausgebaut. Ja, links oben. Rechts, rechts, rechts bei Cascade. An der Treppe jetzt reich. Oha, fuck. Rotflinte. Ich opfer mich, ich opfer mich, ich opfer mich. Er schießt auf mich. Oh mein Gott, Alter. Er schießt auf mich. Er hat sich holt. Cascade ist auch raus. Oh mein Gott, hast du Servel. Hast du, komm. Er rusht. Ja, er kommt erst unter den. Zwei Leute, oder? Zwei Leute sogar. Nein, Mann! Wie viel schluckt der! Oh, nein! Scheiße! Wie viel schluckt denn der? Ja, Leute. 15 HP hat der 15. So, Jungs. Jetzt geht's aber hier endlich mal den Win, oder? Ich meine... Boah, am Baum hat richtig gefressen. Oh, fuck. Ich werde von links getroffen. Oh, Revi, Vorsicht, ne? Oh, no. Ja, ich bin down, Alter. Ich werde gefinished direkt. Im Treppenhaus, unter dir. Ja. Natürlich, Alter. Da muss man pushen, ne? Was soll's. Leute! Revi, alles lass auf deinen Schultern. Easy win. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aus dem Haus oben raus. Was? Was zum Teufel, Alter? Ich bin jetzt schon gedownt, Alter. Oh, KLEINER! Merge deine Motel! Wo sind zwei? Oh, lol. Der war neben mir. Ich dachte, das wäre Savile gewesen, Alter. Oh mein Gott. Von hier, von rechts. Ey, wer baut hier hin? Hab ihn down, Headshot. Der Matt ist bei ihm. Der Matt ist bei mir. Nice. Ich bin wieder down, ich bin wieder down. Ich bin wieder down, ich bin wieder down. Die finischen mich. Oh mein Gott. Digga, keine Chance gehabt. Der kommt, der kommt bestimmt. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ey! Hab ihn. Alter, Jungs. Was für ein Chaos. Der hat zweimal ausgenockt gewesen, weil ich nichts gerafft hab. Was geht ab, Alter? Ja, moin. Digga, labo doch nicht. Jo, vier Hits hinter dem Holz. Es lohnt halt nicht zu schießen. Ich hab halt null Munition, Alter. Hab einen gehittet. Er hat ne Sniper, passt auf. Pushen dir links bei mir. Nico, Nico. Geht zurück. Nee, komm mal her. Das ist ultra low. Das ist ultra low. Das ist ultra low. Das ist sehr, sehr low. Ja, genau. Zwei Leute. Rechts und links. Links und unter zwei. Ja, die fände ich mich jetzt schon. Hol ihn, hol ihn, hol ihn. Oh mein Gott. Was ist denn mit diesem Drecksgame los, Mann? So, Leute. Runde 2. Auf geht's. Komm. Ihr habt gerade die schöne Frackshow genossen nach Runde 1, die richtig schnell auf 4 Minuten runtergeschnitten worden ist. Und jetzt holen wir den Win. Ich spiele jetzt immer weiter, Mann. Los, Lukas, komm. Okay, okay. Jetzt komm. Ja, los, 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 los. Bist du ready? Ja, ja, komm. Komm, mach, 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 mach. Alter, du Lacken. Ja, los. Lass ihn mal, lass ihn mal. Stopp, jetzt stopp jetzt. Jetzt ohne den Stopp. Jetzt stopp. Jetzt stopp. Lukas, jetzt komm, mach, los. Ja, jetzt mach und tanz nicht. Ja! Was? Oh mein Gott, was denn? Ohhhh. Den hole ich, den mach ich, den mach ich, den mach ich, den mach ich. Und er schießt! Jaaaa! Deutschland gewinnt gar nichts! Lass mal hier ein Fußballstadion bauen. Wartet mal. Hier, Tribüne. Auf geht's. Wir spielen das erste Fortnite-Game, wo wir einfach ein Stadion bauen. Junge, Junge, ist das geil. Wir brauchen nur einen Eingang auf, ne? Nein, brauchen wir nicht. Jungs, ich hasse unseren Chef. Der Vorarbeiter ist so ein Arschloch, ganz ehrlich. Der tut uns immer das Leben schwer machen, tut's der uns. Echt so? Und auch noch schwarz arbeite ich. Wir brauchen einen Plan, was sollen wir jetzt noch bauen? Leute, wir müssen um 14 Uhr fertig sein. Der Chef... Der Chef nimmt gleich die Bau, Alter, hier ab. Ich versuch schon mal, ich versuch schon mal. Boah, spielt sich da ganz anders. Oh, ja. Könnt ihr, könnt ihr kurz auf die Tribüne gehen, ein bisschen jubeln, während ich spiele? Okay. Ja, ich... Jaaaa! 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 Und der schießt da ein! Der Ball ist im Aus, aber der Ball ist doch lange nicht im Aus, denn in diesem Stadion wird einfach weiter gespielt. Auf geht's! VfB Eintracht kämpfen und siegen und der dribbelt den Ball vor das Tor. Und der kommt und der Schuss geht und... Tor! Tor! Jaaaa! Deutschland hat mal wieder gar nichts gewonnen! Sehr schön! Sehr schön! Okay, Jungs, jetzt holen wir die Runde, kommt. Ey, die haben uns, glaube ich, gesehen, die haben uns, glaube ich, gesehen. Als ob. Ja, jetzt waschen wir! Ich baue hoch, ich baue hoch! Ja, der baut seinen Kollegen ein! Hab einen! Sehr gut! Komme, ich komme, ich komme! Hab noch einen, hab einen! Alle! Nice! Sehr gut, Jungs! Ja, so geht das! Glauben wir, ja! Ja, die kriegen wir, die kriegen das safe nicht! Er ist bei diesem L-Haus da! Er ist im anderen, der ist rechts drin! Im anderen? Er ist tot! Oh, nice! Er hat ihn, nice! Aber die Runde holen wir jetzt! Komm! Ja, ja, easy, easy, easy! Das wird easy! Boah! Alter! Oh mein Gott! Der gibt Vincent Warner! Der Polizierhautos da, ne? Ja, da! Ja, Revi, pass auf, du bist auch offen bislin, ne? Der baut hier! Und rechts, rechts, rechts! Er ist schon oben, er ist schon oben! Ja, genau da! 215! Jump hit! Es kommt! Jump hit, jump hit! Bei euch! Nice, nice! Kanate, Kanate! Vorsicht! Er ist down, er ist down! Wow, wow! Ich wurde richtig abgeschossen! Nice, Nico! Er ist vor mir, er ist vor mir! Direkt hier geradeaus, direkt hier! Direkt hier! Der ist hier unten, der ist hier unten! Nope, nope! Ja, easy! Und... Ja, man! Endlich, Digga! Digga, ich hab null Kills gemacht! Egal! Egal, Jungs! Endlich der Winz! Nice, sehr schön! Nach der zweiten Runde! Ja, nach der zweiten Runde einfach! Und die ganzen Frags, die ich dazwischen geschnitten hab, das war von vorherigen Folgen! Leute, lasst einen Daumen nach oben! Da schaut auf jeden Fall nicht bei Luca vorbei! Und die anderen haben sicherlich auch auf den Kanal! Schauen wir mal, ob ich den verlinke! Seve, ich denk mal, dich nicht! Leute! Macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Fahr da rein! Ciao! 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 Ciao!